GeForce RTX 3070 im Test, Staupilot ausprobiert und neue iPhones überzeugen. Wir haben in dieser Woche die GeForce RTX 3070 getestet. Die Nvidia-Grafikkarte kostet 500 Euro und ist in etwa so schnell wie die mehr als doppelt so teure GeForce RTX 2080 Ti. In den meisten Spielen liegt mal das eine und mal das andere Modell vorne, außer es tritt der seltene Fall ein, dass die 8 GB der GeForce RTX 3070 zu wenig sind. AMDs Radeon RX 6800 für 580 Dollar soll flotter sein und hat 16 GB RAM. Die Radeon RX 6800 XT soll der GeForce RTX 3080 für 650 US-Dollar klar Paroli bieten. Beide erscheinen am 18. November, am 11. Dezember folgt die noch schnellere Radeon RX 6900 XT für 1000 US-Dollar. Im Stau zu fahren ist lästig. Wir haben in dieser Woche den von Daimler entwickelten Staupiloten ausprobiert, der bis zur Geschwindigkeit von 60 kmh auf der Autobahn die Kontrolle übernimmt. Dafür hat Daimler das Testfahrzeug, eine S-Klasse, unter anderem mit weiteren Sensoren ausgestattet. Darunter sind ein LiDAR, weitere Kameras sowie Mikrofone, die ein Martinshorn und Nesse auf der Straße erkennen. Das Auto kann einem Rettungsfahrzeug Platz machen oder einem Hindernis ausweichen, wenn es dafür nicht die Spur wechseln muss. Das System soll 2021 auf den Markt kommen. Im Test von golem.de konnte das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro überzeugen. Apple verbaut das aktuell schnellste SoC im Mobilbereich und setzt auf 5G sowie auf ein Design mit Wiedererkennungswert. Bei den Kameras gibt es bezüglich der Hardware beim iPhone 12 und 12 Pro keine großen Änderungen gegenüber den Vorjahresmodellen. Der Nachtmodus lässt sich jetzt auch mit dem Super-Weitwinkel-Objektiv und bei Porträts verwenden. Interessant könnte die magnetische MagSafe-Halterung auf der Rückseite sein. Apple selbst bietet neben dem Ladekabel einen Kartenhalter an, der sich einfach befestigen lässt. Golem.de hat mittlerweile sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X und S erhalten. Letztere konnten wir nun in einem Unboxing vorstellen. Auch haben wir uns den DualSense-Controller der PS5 angeschaut. Der fühlt sich überraschend vertraut an. Auf das Rollenspiel Cyberpunk 2077 müssen wir allerdings noch einmal länger warten. CD Projekt Red hat das Spiel auf den 10. Dezember 2020 verschoben. 2021 soll dann auch eine hübschere Version von GTA 5 kommen, die speziell für die neuen Konsolen angepasst ist. AMD hat Xilinx für 35 Milliarden US-Dollar per Aktientausch übernommen. Xilinx ist der weltgrößte Entwickler von programmierbaren Schaltungen und soll AMD dabei helfen, sich im Server-Segment gegen Intel besser behaupten zu können. AMD erreichte im drittel Quartal 2020 einen Rekordumsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar. Vor allem das CPU- und das Konsolen-SoC-Geschäft lief gut. Der Linux-Grafikentwickler Daniel Vetter hat den X-Server als Abandonware bezeichnet, da dieser nicht mehr aktiv gepflegt und betreut werde. Die Entwicklung finde heute schlicht woanders statt, allem voran auf dem Grafikstack Wayland. Facebook startet einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst. Der soll bisherige Spielerangebote ergänzen und sie nicht ersetzen, wie der Projektleiter erläuterte. Zunächst wird Facebooks Angebot für Android-Geräte und Browser kommen. Der Hamburger Senat setzt auch nach dem offiziellen Support-Ende von Windows 7 Tausende Rechner mit dem veralteten System ein. Die erweiterte Unterstützung dafür kostet rund eine halbe Million Euro. Der Bund der Steuerzahler kritisiert das. SpaceX hat die Preise für die Nutzung von Starlink bekannt gegeben. 100 US-Dollar verlangt das Raumfahrtunternehmen in der Beta-Phase. Die nötige Satellitenschüssel kostet inklusive Versand und Steuern 600 US-Dollar. Das Satelliten-Internet bietet Datenraten zwischen 50 und 150 Mbit pro Sekunde. Für Starlink hat SpaceX bis jetzt 895 Satelliten gestartet. Harley-Davidson baut künftig nicht nur Motorräder, sondern auch Zweiräder mit Pedalantrieb. Seine neue E-Bike-Sparte hat der US-Hersteller gleich in ein neues Unternehmen ausgegründet, Serial One Cycle Company, benannt nach der ersten Harley aus dem Jahr 1903. An die erinnert auch das Design des ersten Harley-Pedelecs, das im März auf den Markt kommen soll. Für uns ist klar, Watch Dogs Legion ist der bisher beste Teil des Hacking-Open-World-Spiels. Dabei gefallen uns vor allem die ausgefallenen und zahlreichen Missionen, die wir im vollüberwachten London erledigen können. Im Idealfall ganz ohne Schießereien. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick, bis zum nächsten Mal.